Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund. Mit Susanne Stolfmehl. Es gibt sie, diese Bücher. In die möchte man nicht nur lesend versinken, sondern man möchte hineinspringen und mitspielen. Aus einem solchen bin ich gerade wieder aufgetaucht. Das Fenster zur Welt heißt dieser Roman und geschrieben hat ihn die Engländerin Sarah Winman. Sie bedient nicht nur hier eine uralte Italien-Sehnsucht, sondern erzählt von Liebe, von wahrer Freundschaft und einem bedingungslosen Füreinander-Dasein. Das alles verpackt sie in eine unterhaltsame, warmherzige und mitreißende Geschichte, die das Potenzial zum Liebling des Jahres hat. Die Handlung. Der junge englische Soldat Ulysses Temper ist bei Kriegsende in der Toskana stationiert, als er in einer recht gefährlichen Situation Evelyn Skinner kennenlernt. Seine Einheit ist für die Rettung und Rückführung der von Deutschen beschlagnahmten Kunstwerken in Italien zuständig. Die erfahrene Kunsthistorikerin ist mit ihrer Expertise in einer ähnlichen Mission unterwegs. Trotz des Altersunterschiedes von 40 Jahren erkennen die beiden rasch ihre Seelenverwandtschaft und führen in einem zerstörten Weinkeller Gespräche, deren Inhalt Ulysses Leben entscheidend prägen und verändern werden. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sie einander wiedersehen und diese Wiedervereinigung ist etwas, dem man beim Lesen entgegenfiebert. Zurück im Londoner East End muss Ulysses nicht nur feststellen, dass seine Ehe mit der kapriziösen Sängerin Peggy am Ende ist, sondern auch, dass sie eine kleine Tochter hat, deren Vater eher unmöglich sein kann. Dennoch wird ihn mit seiner Ex-Frau ein lebenslanges Band verbinden und für die kleine Alice wird er der beste Vater sein, den man sich vorstellen kann. So ist es nicht verwunderlich, dass er die Kleine mitnimmt, als er durch eine unverhoffte Erbschaft die Gelegenheit bekommt, nach Florenz überzusiedeln und sich dort ein neues Leben aufbaut. Nach dem Vorbild der Pensione Bertolini aus E.M. Forsters berühmten Roman »Zimmer mit Aussicht«, eröffnet er in dem großen geerbten Haus eine Pension für überwiegend britische Reisende, was schnell zum Erfolgsmodell wird. Unterstützt wird er dabei von seinem alten Freund Creswell, einem lebensklugen, pfiffigen Mann, mit einem Händchen für erfolgreiche Wetten und mit einem Wesen gesegnet, das die Menschen unweigerlich anzieht. Die kleine Alice wächst zwar fern von ihrer Mutter auf, findet sich aber in einem liebevollen Umfeld wieder, in dem sich ihre Persönlichkeit frei entfalten kann. Schnell ist Ulysses kein Fremder mehr auf der Piazza, findet Freunde in den Menschen des Viertels und lockt auch immer wieder die alten Weggefährten aus England zu besuchen nach Florenz. So vergehen die Jahre. Weltpolitische und lokale Ereignisse bestimmen die Geschicke der kleinen Einwanderertruppe. Ihr Freundeskreis wird größer, Bindungen werden enger und gegenseitige Unterstützung ist die Grundlage ihres Zusammenlebens. Als sie schließlich nach einem Vierteljahrhundert Evelyn und Ulysses wiederfinden, schließt sich nicht nur ein Kreis, es ist auch der Beginn zahlreicher neuer Entwicklungen in der Dynamik der Gruppe. Außergewöhnlich Wo soll ich anfangen, all die außergewöhnlichen Details dieses Romans aufzulisten, um das, was Sarah Winman hier geschaffen hat, gebührend zu würdigen? Ich greife die zwei großen Handlungsstränge heraus, die mich besonders fasziniert haben. Der eine betrifft Evelyn, der andere Ulysses. 1901 kommt die 21-jährige Evelyn erstmals und allein nach Florenz. Ungewöhnlich für eine Frau in dieser Zeit, doch nicht für die eigenständige englische Künstlertochter. Sie verliebt sich standepedelnd nicht nur in die Kunststadt, sondern auch in das italienische Dienstmädchen Livia. Die Erlebnisse ihrer italienischen Reise sollen später dem englischen Schriftsteller E.M. Forster zu seinem Romanzimmer mit Aussicht inspirieren. So fabuliert es jedenfalls Sarah Winman und das macht Lust auf die Lektüre dieses Klassikers. Was Evelyn in ihren 99 Jahren sonst noch erlebt, schildert Winman mit viel Humor und guten kunsthistorischen Kenntnissen in wiederkehrenden Episoden. Derweil ist Ulysses ein Magnet für die Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Mit seinem charmanten, einfühlsamen, ja fast selbstlosen Wesen macht er das Leben eines jeden besser. Das von Cole, dem grantigen Londoner Pappbesitzer, das des glücklosen Pianisten Pete, das einer alten Contessa und das seiner eigensinnigen Ziehtochter Alice. Und immer wieder das von Peggy, seiner lebenslangen Liebe. Obwohl sie ihr Herz einem anderen geschenkt hat, weiß sie, dass Ulysses immer für sie da sein wird. Und so ist Ulysses ein Fels in der Brandung, fast zu gut, um wahr zu sein. Unvergesslich In einem Roman voller einzigartiger und hervorragend beschriebener Charaktere darf natürlich auch ein Haustier nicht fehlen. Meist ist es ein Hund, der einem Roman einen besonderen Stempel aufdrückt. In der Florentiner Pension ist es jedoch ein Papagei, eine prächtige Blaustirn-Amazone namens Claude, der nicht nur sprechen, sondern auch trefflich philosophieren kann. Und indem man sogar die Reinkarnation von William Shakespeare vermuten könnte. Der Sound Ein Pub im tristen Nachkriegs-London, eine quirlige Pension im Herzen von Florenz, eine Vielzahl an unverwechselbaren Figuren, bedeutende historische Ereignisse und einige sensibel eingefügte reale Persönlichkeiten. Das Fenster zur Welt bietet ein perfektes Setting für einen Roman, dessen Atmosphäre wie ein Sog wirkt. Kunst, Poesie und Musik werden hier so einfühlsam in die Story verwoben, dass sie einen völlig natürlichen Hintergrund bilden und niemals intellektuell aufgefropft wirken. Das ist Erzählkunst vom Feinsten. Auch nach beinahe 40 Jahren Arbeit mit Büchern macht es mich immer wieder glücklich, einen Roman zu entdecken, der mein Herz und meinen Kopf erreicht. Das Fenster zur Welt ist genauso ein Buch. Es besteht aus lauter Lieblingsfiguren, Lieblingsstellen und Lieblingszitaten. Doch es gibt diesen einen Moment, der mich besonders gepackt hat. Die Stelle, an der sich Ulysses väterlicher Freund Cresswell in letzter Sekunde entscheidet, mit ihm und der kleinen Alice nach Florenz zu ziehen. Das ist jetzt zwar ein Minispoiler, aber ich verspreche, dass sich in dieser Szene noch weitere Überraschungen verbergen. Für wen? Selten fiel mir eine Empfehlung so leicht wie bei diesem Roman, denn mir fällt keine Einschränkung ein. Das Fenster zur Welt ist ein Buch für Alt und Jung, Mann und Frau für die Sommerferien, lange Winterabende und alles dazwischen. Historisch Interessierte kommen genauso auf ihre Kosten wie Kunstliebhaber und LeserInnen von Liebesgeschichten. Jede erdenkliche Liebe findet in diesem Roman ihren Platz und die Diversität ist hier so natürlich und selbstverständlich, dass man sie eigentlich gar nicht erwähnen müsste. Die Autorin Sarah Winman kam am Heiligen Abend 1964 in der Nähe von London zur Welt, wo sie auch heute wieder lebt. In Großbritannien kennt man sie als Darstellerin zahlreicher Nebenrollen in TV- und Filmproduktionen. Ihren ersten Roman, Als Gott ein Kaninchen war, veröffentlichte sie 2011 und wurde dafür im selben Jahr als New Writer of the Year und das Buch mit dem Newton First Book Award ausgezeichnet. Ihr Debüt und die drei folgenden Romane wurden auch alle ins Deutsche übersetzt. 2023 konnte Winman weltweit mit dem Roman Lichtetage begeistern, der im Nachgang wie eine Overtüre zu das Fenster zur Welt wirkt. Winman ist eine herausragende Erzählerin mit einem fabelhaften Gespür für Charakterentwicklung und Szenerie. Die fast 60-Jährige führt das zurück auf ihre Lebenserfahrung und ihre schauspielerische Vergangenheit. Als literarische Vorbilder nennt sie Colm Tobin, Toni Morrison, Zora Neale Hurston und Sarah Waters. 2015 reiste sie selbst zum ersten Mal nach Florenz und kehrte seitdem oft dorthin zurück. Ihre Faszination für die toskanische Stadt hat sie also nicht zufällig ihren ProtagonistInnen in die Vita geschrieben. Fakten zum Buch Im Original heißt der Roman Still Life, also Stillleben. Der deutsche Titel geht auf die Anfangspassage der Story zurück, in der Evelyn, einer Freundin, erklärt, dass man durch die Augen einer anderen Person durch das Fenster ihrer Welt blickt. Das kann man durchaus als Motto dieses Romans verstehen, denn es kommen Menschen aus unterschiedlichen sozialen und Bildungsschichten zusammen, die einander respektieren und wertschätzen. Ein wesentlicher Grund, warum die Lektüre dieses Buches so gut tut. Ein weiterer ist die schöne und liebevolle Übersetzung von Elina Baumbach, die auch schon lichte Tage ins Deutsche übertragen hat. Das Fenster zur Welt umfasst 524 Seiten und ist im Verlag Klettkotter erschienen. Zum Preis von 26 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de Ein Buch Der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund bis zum Preis. Bis zum nächsten Mal.